Hi Loot-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Conan Exiles Age of Calamitous hier auf diesem wunderbaren Kanal. Ich habe mir gedacht, ihr habt ja schon gesehen, wie wir in den Schummel gelaufen sind und das müsst ihr nicht nochmal haben. Deswegen habe ich euch das mal in einen Zeitraffer gepackt und in ungefähr einem knappen Minütchen geht es dann auch mit dem richtigen Video los. Und ich wünsche euch jetzt schon ganz viel Spaß und wenn euch dieses Video gefällt, dann abonniert doch diesen Kanal, liked, teilt und kommentiert dieses Video. Damit unterstützt ihr mich enorm. Vielen lieben Dank dafür und jetzt viel Spaß. Vielen lieben Dank. So, da sind wir wieder im Dschungel. Würde ich sagen, legen wir los, oder? Soll er nicht langweilig werden? Crew-Eyed. Hau drauf. Puff. Schon Level 2. Ne, sogar schon Level 3, oder jetzt? Ne, Level 2. Okay. Gut. Ziel jetzt, wir sammeln noch ein bisschen Gold hier vor der Küste. Und ich weiß nicht, töten wir noch ein paar Grauaffen für ein Level ab? Mal gucken. Können wir uns ja gleich noch überlegen. Aber jetzt möchte ich erstmal Gold sammeln. Und dann würde ich mir eigentlich sehr, sehr gerne Steinnasen kaufen. So, da ist ein Wrack. Genau, Kitana. Richtig. Wann nochmal kurz hoch. Warum habe ich eigentlich nicht meine Atemtränke mitgenommen? Ich hätte sogar welche gehabt, glaube ich. Aber daran habe ich natürlich nicht gedacht, die mitzunehmen. Oh ja, sehr schön. Und ein bisschen... Ah, das ist die Mystical Plant. Ja, das lohnt sich ja doppelt. Wahnsinn. Ich weiß nicht mehr, für was wir Mystical Plant brauchen. Aber wir brauchen sie für irgendwas. Die ist für irgendwas gut. Ich weiß nicht mehr, für was. War das nicht... War das nicht sogar für die Felga-Früstung? Ich bin mir nicht mehr sicher. Für ganz viel, ja. Für ganz viel. Und ich weiß noch... Ich weiß noch, ich kann mich noch an den Tag erinnern. Es war ein sonniger Tag. Die Vögel zwitscherten. Ich fühlte mich gut an diesem Tag. Und dann kam es... Es kam ein Rezept zum Vorschein, das diese Mystical Plants benötigte. Und ab dem Zeitpunkt ging es mir schlecht. Weiß ich noch ganz genau. Als wäre es gestern gewesen. Vielleicht war es auch gestern. Und ich kann mich nur nicht mehr daran erinnern, weil ich schon so alt bin. An dem Wrack sind drei Kisten. An dem Wrack alleine. Bist du dir da ganz sicher? Also jetzt sehe ich sowieso erstmal nichts mehr, weil Nacht unbedingt kommen muss. Jetzt sehe ich erstmal nichts. Also wir gehen jetzt mal kurz an Land. Absolut. Na dann, dann schauen wir gleich nochmal. Also ich kann mich erinnern, dass hier drei Kisten insgesamt sind, aber ich würde dieses Wrack schon nochmal untersuchen, sobald der Tag wieder unter uns weilt und die liebe Sonne uns holt ist. Hinter Seegras und zwischen zwei Holzbalken. Das war fies versteckt hinter Seegras. Schweine. So, erstmal, erstmal hier kurz verschnaufen. Wo ist eigentlich Crew-Eyed? Oder Crate? Ist da irgendwas Besonderes eigentlich da drin? Das leuchtet hier so schön. Warte mal, wir machen mal ganz kurz, wir machen mal ganz kurz einen kleinen Umweg. Ich möchte mir das da oben anschauen. Da leuchtet es so schön. Und wo es schön leuchtet, da gibt es normalerweise schön Loot. Oder böse Menschen. Oder böse Tiere. Zum Beispiel den da. Diesen netten Kollegen von der Affenzunft. Und fragt mich bitte nicht, warum, aber ich habe irgendwie das Verlangen, ihm seinen Kopf abzusäbeln. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, warum, aber irgendwie möchte ich seinen Kopf haben. Ich weiß, das klingt völlig komisch. Aber ich will den Kopf. Seltsamerweise den Kopf von dem hier will ich nicht mehr. Das kann ich euch sagen. Der interessiert mich jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich nämlich meinen Kopf. Also irgendwie gefühlt ist ist Crew Age stärker mit seinem Zweihandschwert als mit dem Pferdekuss. Gefühlt aber nur, weil er schneller damit zuschlägt. Aber auch nur gefühlt. Alles nur gefühlt. Ach schade, da ist gar nichts. Voll die Verarsche. Trotzdem irgendwie schön hier. Sieht aus wie diese, diese, diese Trimagische Feuerschale aus Harry Potter. Ich werfe gleich meinen Namen rein, du. Mal gucken, was, was passiert. Sterbe ich, wenn ich da hochkraxe? Will ich es testen? Will ich es testen, ob ich da drin sterbe? Great. Hüpf doch mal rein. Komm. Hier, da oben. Kraxeln. Boah, ich will, ich will jetzt nicht. Warte mal. Wie lange bleibt mein Zeug hier liegen? Es liegt, bleibt schon eine Weile, oder? Wenn ich jetzt mal kurz mein Inventar hier komplett leer mache, das bleibt schon eine Weile, oder? Ich weiß ja nicht, ob das so eine Lava-Geschichte ist hier, weißt du? Oh, wir hatten die Sichel die ganze Zeit dabei, ich habe sie nur nicht gesehen. Siehst du, ich bin alt. So, hinein in den Trimagischen. Oh. Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt da reinkommt. Oh, ja. Neues Instagram-Foto. Hehe. Okay. Na, vielleicht. Ups. Vielleicht ohne Interface. Für Instagram. Weißt du? So, noch einen Schritt. Ja. Sehr gut. Und jetzt lächeln. Ameisenscheiße. Sehr gut. Dankeschön. Interface wieder an. Und. Mitnehmen. Gott sei Dank ist nichts passiert, aber. Safety first. Prima. Haben wir das auch gesehen. Ich freue mir. Köpper. So, ich. Da ist, da ist. Ich. Ist, ist das. Das ist ein anderes Wrack, ne? Aber das macht nichts. Ich sag mal, wir würden 50 Gold reichen. 50 Goldmünzen. Versteht sich. Weil eigentlich die mystische Grundsubstanz haben wir genug. Und Mystical Plant natürlich. Die würde ich gerne in rauen Mengen mitnehmen. Nach Möglichkeit. Im Vulkan Dungeon stellen wir uns in die Feuerschalen und machen den Kriegstanz, während das Obsidian durchläuft. Das ist eine sehr gute Idee. So, kurz mal verschnaufen und dann wieder runter. Ach Gott. Natürlich kommt nur Silber raus. Wie soll es auch anders sein? Ach du Scheiße. Das auch noch. Na gut. Crew-Aid. Wir müssen heim. Die Pflicht ruft. Wir werden zu Hause verlangt. Und diesmal haben wir kein Nashorn in der Basis stehen. Das heißt. Sollte wieder mal ein Vierer kommen. Oder auch Fünfer, wie sie von manchen gerne genannt werden. Weil Perch-Handwerker immer besser sind. Sollte sowas tatsächlich kommen. Kann diesmal nur der Tigermist bauen. Oder Crew-Aid. Gut, dann laufen wir heim. Ja, ich sag ja, der Tiger kann Mist bauen. Tut er hoffentlich nicht. Die zweite Perch. Wunderbar. Ach, da freu ich mich jetzt schon drauf. Guten Tag. Er hat den Herrn der Flamme. Jawohl. Held der Flamme. Du bist klasse. Wir lieben dich so sehr. Herr der Flamme. Du bist spitze. Du bist mein Kuschelbär. Au. 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 Herr der Flamme. So. Okay. Einfach zum Ausgang raus, wäre zu leicht. Ja. Ja. Habe ich dir den Rasen zertrampelt? Damit, dann tut mir das sehr, sehr leid. Das wollte ich selbstverständlich nicht. Das war keine Absicht. Was ist das hier eigentlich, hier oben? Ah, das sind die Herr der Flammen-Party-People, die dir den aquilonischen Tanz lernen. Okay, ich sollte jetzt vielleicht nicht anfangen, die Gegend zu erkunden, das ist ungesund. In der Schule geht er bestimmt durch das Fenster hin, natürlich, klar. Aber, aber jetzt nicht, nicht durch die Geöffneten, das ist ja langweilig. Durch die Geschlossenen. Mit so einem tollen Hechtsprung springe ich ins Klassenzimmer und ich kann euch sagen, wenn du das machst, du hast die Aufmerksamkeit aller. Und das ist auch gut so. Ein dramatischer Auftritt gehört dazu. Durch den Port mit dem Obelisk hast du deinen Timer zurückgesetzt. Pass auf, dass die Purge jetzt ca. 90 Sekunden früher kommt, als der Timer sagt. Okay, gut zu wissen. Bist du der Held in der Klasse? Ja klar, klar, klar. All eyes on you. Also ich mache da immer so eine kleine Show draus, wenn ich am Morgen ins Klassenzimmer komme. Da wird erstmal der Mission Impossible Soundtrack eingespielt. Dann werden vor der Tafel Feuerfontänen gezündet. Dann gibt es noch ein bisschen Feuerwerk, so Tischfeuerwerk, weißt du, mit Konfetti und so. Und dann springe ich durchs Fenster und dann geht's los. Hätte mein Lehrer sowas gemacht, hätte ich ihn auch gefeiert. Ach ja, und nach der Hechtrolle dann, die ich dann mache, wenn ich durchs Fenster gekommen bin, sag ich, guten Morgen, da bin ich. Und dann freuen sich alle, dass ich da bin und so. Und dass der Unserricht endlich beginnen kann. Moin, Drescher. Ne, ne, ich mache schon eine realistische Hechtlandung. Äh, einen realistischen Hechtsprung. Weißt du, so schön, so schön reinrollen dann. Ich habe mir ja zu Corona-Zeiten... ...habe ich mir so einen kleinen Spaß draus gemacht. Weil es war ja immer wichtig, wenn ein Schüler das Klassenzimmer oder eine Schülerin das Klassenzimmer verlassen hat, dann mussten bei Rückkehr erstmal die Hände gewaschen werden. Und da das Waschbecken direkt hinter meinem Pult war, war Unterricht natürlich nicht möglich, wenn jemand Hände waschen musste. Und da nach Pausen alle Hände waschen mussten, habe ich das immer so ein bisschen musikalisch untermalt. Und je nachdem, wie lieb die Kinder waren an diesem Schultag, war die Musik manchmal modern. Manchmal liefen aber auch Anleitungen zum Händewaschen zum Beispiel für Kinder. Das fanden die nicht so gut, muss ich dazu sagen. Manchmal habe ich aber auch über Lieder die Anatomie des Menschen erklären lassen dann, während des Händewaschens. Fanden die auch nicht so gut. Also ich kann euch sagen, die sind jetzt sehr verstört, die Kinder, wenn sie, ähm, das geht von Kopf bis Fuß, von Kopf bis Fuß und eine Hand zum Gruß und dann die, äh, irgendwie so das Lied, ne? Vielleicht kennt ihr das, ja? Finden die nicht so gut, das Lied. Da wäre ich auch verstört. Zurecht, aber ich fand das sehr lustig, ehrlich gesagt. Ich muss ja zugeben, ich gehöre schon so ein bisschen zu den, zu den sadistischen Lehrern, ne? Ich bin ja eigentlich, eigentlich, eigentlich bin ich ganz nett, meistens. Aber ich bin auch echt sadistisch und wenn ich Bock habe, Kinder zu ärgern, dann ärgere ich sie auch. Aber halt, auf sehr subtile Art und Weise. Zum Beispiel durch besondere musikalische Ergüsse. Wie dieses Lied eben. So. Das wollte ich nur mal gesagt haben. Ja, dieses Lied, genau, Head and Shoulders, Knees and Toes, Knees and Toes, habe ich auch mal gespielt. Muss ich aber zugeben, muss ich, muss ich ehrlich zugeben, habe mich dann irgendwann selbst genervt. Deswegen habe ich es dann abgebrochen. Weil es soll ja nur die Kinder nerven und nicht mich. Hör, Bobani, was bist du denn für ein Lehrer? Ein verdammt guter möchte ich meinen. Fünfte Klasse, Englisch, ein Trauma. Also, ich hatte letztes Schuljahr eine Fünfte in Englisch. Und die wollten schon immer singen. Die fanden Singen toll. Naja. Gut, dann warten wir mal, oder? Gut, dann schauen wir weiter. Untertitelung des ZDF, 2020